Die DHV News vom 15. September 2023. Wahl in Hessen und Bayern. Klare Kante bei CDU und CSU. Alice Weidel, AfD gegen Legalisierung. Mit freundlicher Unterstützung von AWI Medical, Drehhandel und Seeds24. Herzlich Willkommen bei den DHV News. Zu den Vorbemerkungen gehört diesmal, dass wir einen neuen Hanfadler im DHV Shop haben. Mit Glasding dran, mit solchen Kerben hier. Also die sieht man öfter mal irgendwo. Da kann man glühende Sachen zum Beispiel reinlegen, ohne dass die Wohnung abfackelt. Dafür ist es unter anderem gedacht. Und kann man erwerben im DHV Shop mit hübschem Arschler drinne. Und passend dazu sind auch wieder verfügbar diese Joint Tubes. Die schön plopp machen, wenn man die aufmacht. In hell und dunkel. Und da kann man Sachen rein tun, die man nachher verbrennen kann und in dieses Glasding reinlegen kann. Alles zu erfinden im DHV Shop. Ich verlinke euch den Shop hoffentlich in der Videobeschreibung. Dann zum aktuellen Gesetzesentwurf Säule 1. Kann ich diese Woche nicht viel großartig Neues erzählen, habe ich alles so gesagt. Da gibt es keine Neuigkeiten in dem Sinne, außer dass jetzt eben im Bundesrat die Frist noch läuft bis Ende September. Und der Bundestag auch brav das auf der Tagesordnung hat in seinen Ausschüssen. Der hat ja auch einzelne Fachausschüsse wiederum, wie Gesundheit und so, die sich damit befassen. Und am Ende kann der Bundesrat eben bis Ende September eine Stellungnahme abgeben. Muss er nicht. Ich nehme an, er wird auch nicht. Keine Ahnung. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich, weil ja keine einheitliche Linie im Bundesrat zu dem Thema abzusehen ist. Ja, und dann geht es halt weiter im Bundestag und wird dann nochmal spannend. So langsam werden sicherlich auch die Diskussionen in den Fraktionen wieder losgehen. Die Haushaltswoche ist rum. Die haben sie jetzt irgendwie hinter sich gebracht. Und jetzt wird halt mehr wieder über Cannabis und diesen Gesetzentwurf diskutiert in den Fraktionen, zwischen den Fraktionen. Und auch ich habe jetzt wieder Gesprächstermine in den nächsten Wochen mit den zuständigen Fachleuten im Bundestag, um dann nochmal unsere wichtigsten Kritikpunkte vorzutragen. Aber ja, die wichtigsten Kritikpunkte findet ihr in unserer Pressemitteilung zum Gesetzentwurf. Die packe ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung und den Link zu unserer Stellungnahme zum Referentenentwurf, seitdem sich ja leider nicht viel geändert hat. Ansonsten kommen wir heute mal zu anderen Themen und nicht viele, geht relativ flott. Ein Hinweis ist der, dass ich jetzt gerade sozusagen gestern einen Brief bekommen habe vom Petitionsausschuss des Bundestages, der mir jetzt mitgeteilt hat, also Mitte September, dass der Ausschuss Mitte Juni sich beschäftigt hat mit dem Thema und den Beschluss gefasst hat, nämlich die Petition zu unterstützen. Es geht um unsere erfolgreiche Cannabis-Petition von 2017. Die erfolgreichste Petition des Jahres kann 2017 mit 80.000 Unterschriften ungefähr. Viele von euch haben da sicherlich unterschrieben. Ja, ihr seid jetzt schon die Veteranen, das ist sechs Jahre her. Ja, das ist schon eine ganze Generation wieder von Legalisern nachgerückt und von DHV-News-Zuschauern. Aber viele von euch haben diese Petition unterstützt und immer wieder war gefragt, ja, was ist denn jetzt damit? Hat also auch eine Wahl überlebt sozusagen. Das Ding war immer noch aktuell im Petitionsausschuss, weil sie es nicht abgeräumt haben bis dahin. Und jetzt haben sie halt beschlossen, dass der Petitionsausschuss diese Petition unterstützt und dann zur Beratung an die Bundesregierung weitergegeben hat. Jetzt steht wohl noch eine Stellungnahme der Bundesregierung dazu aus und wie sie mit der Petition umgehen will. Aber ja, ist ja auch ein interessantes Zeichen nochmal jetzt, so wie die ganze Zeit, dass diese Petition noch offen da lag im Bundestag. So, ich habe ja gesagt, noch Stachel im Fleisch nochmal irgendwie jetzt da weiterzumachen mit Cannabis-Reform. So ist es jetzt ein interessanter Zeitpunkt, weil ja gerade jetzt die Forderung der Petition von der Bundesregierung nicht mehr erfüllt werden soll. Nämlich eine vollständige Regulierung des Cannabis-Marktes, die ja gefordert wird. Logischerweise war es sonst, ja, Legalisierung von Cannabis in dieser Petition. Und Leute haben auch gesagt, ja, nee, das machen wir erst in den 30er Jahren. Vielleicht werden unsere Versuche gut laufen bis dahin. Insofern kommt jetzt nochmal die Unterstützung vom Petitionsausschuss für unsere Petitionen, die sagt, ja, vollständige Legalisierung, bitte ja, nichts, Modellversuche. Das ist ein interessanter Vorgang und ich bin gespannt, wie die Bundesregierung jetzt darauf antwortet. Ich lasse euch das wissen. Ja, ich habe den Bericht noch nicht gelesen. Ich lasse mir jetzt drei Monate Zeit, den zu lesen wahrscheinlich. Ja, so wie die das ja auch jetzt irgendwie doch lange gebraucht haben, um offiziell Bescheid zu sagen. Wir haben schon vor Monaten auf Twitter gesehen, irgendwie von der Vorsitzende des Petitionsausschusses, die geschrieben hat, ja, wir unterstützen die Petitionen und so. Aber offiziell habe ich als Petent keine Informationen bekommen bis gestern. Naja, nächstes Thema. Die Wahlen in Hessen und Bayern. Wir sind schwer am Arbeiten an den Wahlanalysen und Empfehlungen. Zu beiden Wahlen haben also wieder die Wahlprogramme durchgescannt sozusagen nach dem Thema Drogenpolitik und haben auch den Parteien Wahlprüfsteine geschickt, die fast alle beantwortet haben. Und die Texte sind jetzt gerade in der Arbeit, werden nächste Woche veröffentlicht. Aber man kann vorweg zumindest jetzt schon mal sagen, die Union macht es uns einfach. Ja, die zeigen sehr klare Kante. Die sind immer bestraft, wenn es um Cannabis geht. Ja, immer stabil sozusagen. Und die disqualifizieren sich wieder komplett. Ja, die wollen die Wählerstimmen von Handfreunden offensichtlich nicht haben. Ja, alle, die sich nicht selbst in den Knie schießen wollen, die dürfen auf keinen Fall CDU, CSU wählen, wenn sie Cannabis konsumieren. Und in Bayern wird es praktisch jede Woche deutlich. Ja, da ist ja entweder eine Pressemitteilung vom Gesundheitsminister Holetschek, ja, auch fast wöchentlich irgendwas gegen Cannabis. Und dann immer Postings von ihm, von Söder, von der CSU selbst. Und ja, in Bayern insbesondere kommen da besonders faktenfreie Behauptungen bei rum, die gar nicht ernsthaft begründet werden oder so. Ja, warum sie jetzt gegen die Legalisierung sind oder nur so Pseudo-Argumente, so komische Sachen. Und diese Woche war es mal wieder Söder, der da zugeschlagen hat. Wie kann man gegen eine Legalisierung von Cannabis sein und trotzdem in hundert verschiedenen Bierzelten Wahlkampf betreiben? Also nächstes Mal ist Bierzelt was anderes, finde ich. Denn wir erleben gerade, dass die Bundesregierung die größte Freigabe von Drogen machen will, die es in Europa gibt. Die größte, die weitestgehende. Ärzte warnen massiv vor den Folgen. Unsere Polizei warnt davor, denn das Argument, es würde zu keiner Kriminalität führen, kann man in Holland sehen, wie absurd es ist. Denn in Holland war die weitgehende Freigabe bislang. Dort finden Morde auf der Straße statt von Drogenbanden. Die Tochter des Königshauses wird bedroht von solchen Drogenbanden. Und deswegen sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich kann nicht verstehen, wo der Sinn darin liegen soll, unseren Kindern erleichterten Zugang zu Drogen zu geben. Wir wollen es nicht und werden alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, dem einen Riegel vorzuschieben. Ja, zur ausrufernden Drogenkriminalität. Das kommt vor allen Dingen von Kokain, dass wir die großen Häfen reinkommen. Amsterdam, Antwerpen, Rotterdam. Rotterdam ist der große Hafen, genau. Auf jeden Fall große Häfen, wo viel Kokain reinkommt, wo sich diese Gangs dumm und dämlich mitverdienen und für die man auch mal einen Mord begeht und für die Banden, Kämpfe und Kriege durchgeführt werden. Und das eben nicht nur in Holland und hat mit den Coffeeshops überhaupt nichts zu tun, sondern zum Beispiel auch in Belgien musste letztens der Justizminister für Wochen untertauchen, weil der Morddrohung von solchen Drogengangs bekommen hat. Und da gibt es jetzt auch keine Coffeeshops. Und in Marseille zum Beispiel kam auch diese Woche die Nachricht durch die Medien, dass im Prinzip auch da die Drogenkriminalität, die Gangkriminalität in manchen Städteilen komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Da ist ein Mädchen als zufällige Passantin erschossen worden von einer Kalaschnikow, weil da irgendeine Gang, wie er irgendeinen Stadtteil für sich beansprucht hat, ein bisschen herumgeballert hat. Also auch erstaunliche Verhältnisse. Und die haben auch keine Coffeeshops, ja. Und im Hamburger Hafen stehen im Prinzip die Vertreterdiebe der Kartelle Schlange am Zaun, um da einzubrechen. Da werden jede Woche irgendwelche Leute verhaftet, weil da so viel Koks rumliegt im Hamburger Hafen, dass sich das lohnt, die ganzen Leute irgendwie zu verballern, die dann da im Knast landen. Da muss nur jeder Jahrzehnte mal durchkommen und irgendwie einen Wagen voll rausbringen. Da kann man die anderen schon fürstlich bezahlen im Knast. Also das ist der Grund für diese Gangkriminalität, ja. Also das Kokainverbot und hat nichts mit den Coffeeshops zu tun. So viel zur Qualität von Söders Argumenten, ja. Das ist einfach so ein Nachplappern von Nicht-Fakten, ja, von Falschinformationen. Aber er sagt ja schon gleich entschuldigend dazu, dass er das ja im Bierzelt gesagt hat, ja, die ganze Geschichte. Und das scheint ein echtes Problem zu sein für Bayern. Anderswo machen die Parteien halt Wahlkampf in der Einkaufszone mit dem Infostand, ja, gehen, wo die Bürger einkaufen gehen oder so und versuchen da mit denen ins Gespräch zu kommen. Und in Bayern scheint die ganze Bevölkerung ständig in diesen sogenannten Bierzelten sich aufzuhalten und sich zu betrinken. Ja, die ganze Zeit total besoffen da irgendwie in diesen Bierzelten am rumhängen, die Bayern. Und deswegen reden in Bayern alle Politiker immer nur in Bierzelten. Was man von woanders her jetzt nicht so kennt. Ja, jedenfalls nicht aus Remscheid, weil wo ich herkomme, da hat kein Mensch irgendwie großartig in Bierzelten gesprochen. Ja, ich kannte das Wort gar nicht so richtig, bis ich was von Bayern gehört habe. Ja, und das wird dann immer regelmäßig als Entschuldigung dafür genutzt, wenn ein Politiker so populistisch auf die Kacarone da und irgendwelche wilden Sachen ohne großartige Argumente erzählen. Ja, Hauptsache Stimmung. Weil sonst verstehen die Einwohner von Bierzelten das scheinbar nicht, wenn man jetzt irgendwie ganz normale Argumente vorträgt oder so. Und da hat jetzt auch auf Social Media die CSU auch nochmal ganz klare Kante gezeigt. Vielleicht können wir euch da ein Bild einblenden. Und wo drauf steht dann, keine Legalisierung von Cannabis. Ja, und dann dazu im Text haben sie geschrieben, wir werden alles tun, um der Cannabis-Legalisierung einen Riegel vorzuschieben. Offizielles Posting der CSU mitten im Landtagswahlkampf. Ja, wir sind die Hardcore-Fanatischen Cannabis-Legalisierungsgegner, die heftigsten der Welt sozusagen. Ja, betonen die jede Woche immer wieder, trotz der Proteste der ganzen Twitter-Gemeinde und so weiter. Wählt uns bitte nicht. Ja, wir wollen euch verfolgen. Ja, da versuchen die immer wieder unterzubringen, diese Message sozusagen. Also, keine Wahl der CSU am 8. Oktober. Ja, auch Nichtwähler nutzen eine CSU in Bayern. Ja, also geht mit Wählen und wählt was anderes. In Hessen gilt natürlich dasselbe letztendlich. Auch da ist ja Landtagswahl, da ist es nicht ganz so bierzeltig. Ja, da hat jetzt der Justizminister von der CDU, Roman Poseck, eine Pressemitteilung rausgegeben. Das ist schon von Mitte August gewesen, habe ich jetzt erst gefunden. Passt aber schön in dieses Wahlkampfthema jetzt hier auch rein und diese ganze CDU-Sache. Und der behauptet da auch wieder total dreist, ohne jede Evidenz, dass der Schwarzmarkt durch Lauterbachs Plan größer und nicht kleiner werden wird. Ja, also es gibt ja schon diese Aufmacher von wegen der Schwarzmarkt, wird gar nicht kleiner werden durch die Legalisierung. Ja, das ist ja schon auch schon eine sehr steile Behauptung. Ja, natürlich wird der kleiner, wenn man irgendwie Anbauklubs und Eigenanbau legalisiert. Egal, wie viel das jetzt genutzt wird, wie viel Prozent das den Schwarzmarkt verdrängt. Ja, aber es gibt eben Leute, die behaupten einfach total dreist, wird der Schwarzmarkt wirklich kleiner. Und Poseck, CDU-Justizminister von Hessen, geht jetzt noch ein Stück weiter und sagt sogar, der Schwarzmarkt wird größer werden, nach den Plänen von Lauterbach. Und das ist natürlich schon eine steile These. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall wird der Schwarzmarkt kleiner werden, ganz klar. Ich meine, Leute werden selbst anbauen und dann eben nicht mehr einkaufen beim Dealer und dann wird der Schwarzmarkt kleiner. Das ist ja auch nicht mit einer riesigen zusätzlichen Nachfrage zu rechnen, wovon die zwar immer alle schwadronieren, aber auch völlig faktenfrei, dass dann der Konsum fürchterlich zunimmt. Aber dafür gibt es ja auch keine Belege in dem Sinne. Jedenfalls nicht in der Größenordnung, dass dann die Nachfrage so viel größer wird, dass der ganze Eigenanbaufaktor wieder aufgefressen wird. Ja, das ist Unsinn. Aber er hat noch ein geiles, neues, neu erfundenes Argument gebracht, der Herr Poseck. Und das muss ich mir vorlesen jetzt hier. Das ist schon auch doll, ja. So haben gerade in den sogenannten EncroChat-Verfahren, in denen schwere Straftaten der organisierten Kriminalitäten nachgewiesen werden konnten, häufig Ermittlungsmaßnahmen aufgrund von Verdachtsmomenten nach dem Betäubungsmittel Strafrecht erster Ansätze geliefert. Diese fallen künftig weg oder stehen zumindest in Frage. Das Vorhaben könnte damit am Ende die Falschen schützen. Ja klar, also Lauterbach will natürlich sämtliche Schwerverbrecher, die ihre Straftaten und Verbrechen mit Krypto-Chat-Handys besprechen, alles legalisieren, was die da machen, ja, logischerweise. Man kann die überhaupt nicht mehr verfolgen, weil Lauterbachs Gesetz so überkrass liberal ist. Hat alle Leute, die tonnenweise Gras oder Koks verkaufen und keine Steuern darauf zahlen und so weiter, ja, alle nicht mehr verfolgt werden, ja, ich glaube, der Herr Poseck ist falsch in Hessen, ja. Ab ein Bierzelt mit dem, ja, der hat eigentlich nichts verloren in Hessen. Und wenn ich gerade dabei bin, hat es jetzt nicht direkt was mit Landtagswahl zu tun, dachte ich erst, ja, aber das hat zumindest mit CDU zu tun. Es gibt nämlich einen neuen Mann, der jetzt für die CDU im Bundestag über Cannabis sprechen darf. Und wenn er Sepp Meier heißt, dachte ich erst, das ist bestimmt auch einer aus Bayern, aber ist gar nicht so. Ja, der kommt aus Sachsen-Anhalt. Und hier ein Ausschnitt der Rede von Sepp Müller. Sie werden die Droge Cannabis legalisieren. Sie werden und wollen, dass in jedem Kinder- und Jugendzimmer Bubatz jetzt legal ist. Sie machen das, was junge Menschen krank machen, was andere sagen und uns auch zeigen. Und dass die Aufregung hier bei der Ampel so groß ist, kann ich ja nachvollziehen. Weil manchmal braucht man anscheinend solche Drogen, um ihre Politik zu ertragen. Ja, also Müller, ja, Sepp Müller heißt der, nicht Sepp Meier. Jedenfalls Sepp, ja, also Sepp Müller. Das war Sepp Müller und auch bei ihm, muss ich jetzt mal so sagen, ja, schnell umziehen, Lederhose anziehen, ab ins Bierzelt. Ja, das ist irgendwie nichts für nüchterne Leute. Da muss man schon ordentlich einen im Tee haben, ja, im Bierzelt konsumiert. So, AfD. Auch die sind natürlich nicht wählbar, wie in jeder Wahlanalyse wieder deutlich wird. Die haben keinerlei Ambitionen, die Jagd auf Cannabiskonsumenten zu beenden oder gar den Markt zu regulieren, legalen Verkauf zuzulassen, damit eben Verbraucherschutz auch zu betreiben. Sondern auch die sind voll im Prohibitionslager. Aber wenn schon mal ein Videoschnipsel dazu geliefert wird, ja, dann nehmen wir den natürlich auch, insbesondere wenn das die wahrscheinlich im Moment prominenteste Vertreterin ist, Alice Weidel, die im ARD-Sommerinterview bei der Zuschauer-Fragerunde nach Cannabis befragt wurde. Und hier ist der Ausschnitt dazu. Ich finde eine pauschale Legalisierung nicht gut, weil sie Auswirkungen auf ein junges Gehirn hat. Es kann Schizophrenien kreieren. Und das hätte ich mir gewünscht, dass es dazu gesagt wird, weil es erhebliche Gesundheitsrisiken bei Cannabiskonsum gibt. Ja, Alice Weidel wünscht sich, dass doch vielleicht mal über die Risiken für Kinder und Jugendliche aufgeklärt worden wäre in dieser ganzen Debatte, ja, dann frage ich mich, unter welchem Stein lebt die denn? Es ist doch überhaupt über gar nichts anderes gesprochen worden in der ganzen Debatte. Ich höre den ganzen Tag nur Kinder und Jugendliche rauf und runter, auch von Lauterbach. Also es gibt überhaupt kein anderes Thema, ja. Zum Beispiel, dass es auch eine Bürgerrechtsfrage ist, erwachsene Leute zu verfolgen oder so. Das geht ja total unter, vor lauter Kinder und Jugendliche, ja. Aber Alice Weidel hat nichts davon mitgekriegt, ja, und sagt jetzt mal, das sollte man überhaupt mal erwähnen. Naja, okay. Sie hat sich übrigens vor diesem Zitat noch für Cannabis als Medizin ausgesprochen, das will ich auch hier nicht unterschlagen. Und übrigens ist auch Alice Weidel am Anfang zum anderen Thema, ja, irgendeine radikale Aussage von ihr, Wahlkampfaussage, ist ihr mal unter die Nase gehalten worden, zum Kommentieren, ja, wie ist das jetzt zu verstehen? Und dann hat sie gesagt, ja, das war ja eine Wahlkampfrede im Bierzelt. Ja, also, das ist immer eine gute Entschuldigung, ja. Wenn man nach Bayern geht, ja, da sind ja alle besoffen im Bierzelt, ja, da muss man halt irgendwie so einen Unsinn erzählen. Oder kann er völlig überspitzt irgendwelche radikalen Sachen erzählen. Naja, so viel zur AfD und Alice Weidel und den Bierzelten, ja, war jetzt genug mit Bierzelten für heute. Jetzt kommen wir mal kurz Ortsgruppenfunk, und zwar schickt uns die Ortsgruppe Rhein-Neckar Bilder vom Infostand in Ludwigshafen. Ich finde mal cool, was die Leute so für Sprüche ausdenken, für ihre Plakate und da draufmalen und so. Auf jeden Fall wieder mal danke für euren Einsatz. Ja, das ist viel wert, immer noch, auch immer noch wichtig, dass Ehren am Lauf die Straße gehen und wirklich Mund-zu-Mund-Propaganda betreiben und jeden einzelnen Bürger überzeugen, der irgendwie bereit ist zu reden. Und damit sind wir bei den Terminen Dortmund. Und jetzt gerade läuft die Cannabis-Business-Expo, also ja, eben Business-Cannabis-Messe, ja, nicht Endkonsumenten, sondern Business-Interessierte von Freitag, 15. September bis Sonntag, 16. in Dortmund im Rahmen der Inter-Tabak. Dann in Darmstadt ist der offene Hanftisch der DHV-Ortsgruppe am Freitag, oh, ja, heute 19 Uhr, das wird knapp. Ja, haben wir noch einen von, heute 19 Uhr, die HV-Ortsgruppe München. Dann Samstag, 16. Infostand der Ortsgruppe in München beim Oktoberfest, ja, da sind wir wieder beim Thema. Da haben wir übrigens eine lustige Satire noch in der Welt ausgerechnet, super konservative Zeitung eigentlich, dass jetzt die CSU in Bayern ein riesiges Protestcamp gegen die Legalisierung von Cannabis organisiert auf der Theresienwiese, ja, also Oktoberfest. Also, naja, das als Demo gegen Drogen zu bezeichnen, ist natürlich auch irgendwie, ist nett geschrieben auf jeden Fall, ja. Und die Ortsgruppe mittendrin in dem ganzen drogenpolitischen Chaos. Dann treffen wir die DHV-Ortsgruppe in Berlin, 19. September, Dienstag, auch Dienstag, 19. in Heidelberg, Hanftisch des Hanfverbandes Rhein-Neckar. Dann haben wir Freitag, 29. September in Würzburg, die Treffen der DHV-Ortsgruppe mit dem Titel Beyond Prohibition Cannabis Talk. Also, wer da mittalken will in Würzburg bei der Ortsgruppe, Freitag, 29. September. Und Samstag, 30. letzter Termin in Regensburg, der öffentliche Hanfstammtisch der Ortsgruppe. Und das war's für heute. Liked das Video, abonniert den Kanal, glückt die Drocke. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend. Liked das Video, abonniert den Kanal, glückt die Drocke. Liked das Video, abonniert den Kanal. Liked das Video, abonniert den Kanal, glöglicht diecemnis Prozent vendors beschäftigt. Egal je zum Koal-Kart bot für die Absams 360 baut, man bitte nered kann die Rad Dragiert werden. Marie Cüberti und das Video, abonniert den Kanal, glück in đây. Und das Video ist wirklich bei der Jochenissant Schmerzen. Vielen Dank.